Das Chemnitzer Modell bzw. die Citybahn Chemnitz ist wie in Karlsruhe auch eine Verknüpfung zwischen Straßenbahn und Eisenbahnnetz, ein sogenanntes Tram-Train-Netz. Bei der Citybahn Chemnitz verkehren insgesamt vier Linien vom Straßenbahnnetz der Chemnitzer Straßenbahn ins Eisenbahnnetz. Dadurch werden unter anderem Städte wie Stolberg, Burgstädt und Midweider von Chemnitz aus angeschlossen. Der Vorteil dabei ist, dass man direkt vom Chemnitzer Stadtzentrum aus in diese Städte reisen kann, ohne erst zum Hauptbahnhof zu fahren und dort umsteigen zu müssen. Seit Ende 2002 verbindet die Linie C11 den Chemnitzer Hauptbahnhof mit dem im Erzgebirge gelegenen Stolberg. Die Linie C13 verbindet seit Januar 2022 Aue mit Burgstädt. Sie ist aktuell die längste Linie des Netzes. Die Linie C14 verkehrt von der Hochschulstadt Midweida über Chemnitz genauso wie die C13 bis nach Thalheim. Und zu guter Letzt gibt es noch die Linie C15, welche von Heinrichen aus nach Technopark verkehrt. Am Wochenende und in den Tagesrandlagen verkehrt die C15 nur bis zur Zentralhaltestelle und die C14 nur bis zum Technopark. Von der Betreibergesellschaft Chemnitz Bahn werden auch noch die Linien RB37, welche Gösnitz mit Glauchau verbindet und die RB92, welche Stolberg mit Glauchau verbindet, betrieben. Allerdings gehören sie nicht zum Chemnitzer Modell, weil sie mit reinen Dieseltriebwagen befahren werden. Werfen wir nun einen Blick in die interessante Geschichte des Chemnitzer Modells. Wie bei allen Tram-Train-Netzen, also Nahverkehrsnetze, bei denen von Straßenbahnnetzen ins Eisenbahnnetz mit denselben Fahrzeugen gewechselt wird, ist natürlich auch Karlsruhe hier wieder das Vorbild gewesen. Nachdem man die dortigen Folgen erkannt hat, wurden Studien zur Machbarkeit in Chemnitz bereits im Jahre 1992 angefertigt. Konkreter wurde es dann ab 1994 mit der ersten Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben von der sächsischen Landesregierung. Die Machbarkeitsstudie schlug dann Strecken unter anderem in Richtung Hohenstein-Ernsttal, Flöha und Burgstedt bzw. Limbach-Oberfrohna vor. Als Pilotstrecke empfohle die Studie die Strecke von Chemnitz nach Stolberg. Diese wurde dann auch als Pilotstrecke auserkoren und somit wurde das Eisenbahnnetz in Alt-Chemnitz mit dem Straßenbahnnetz verbunden und die Strecke nach Stolberg elektrifiziert. Am 16. Dezember 2002 nahm dann die Chemnitzbahn mit den neu gelieferten Vario-Bahnen ihren Betrieb auf. Am 10. Dezember 2016 wurde dann auch die nächste Ausbaustufe des Chemnitzer Modells in Betrieb genommen, wo Züge von der Zentralhaltsstelle aus Richtung des Chemnitz-Hauptbahnhofes und von dort aus weiter Richtung Burgstedt, Heinichen und Mittweida verkehren. 2017 ging dann auch die Verlängerung erst bis zum Stadlerplatz und später auch bis zum Technopark in Betrieb. Die letzte Ausbaustufe ging dann im Januar 2022 an den Start. Seither verkehren Züge bis nach Talheim und Aue. Und das Chemnitzer Modell soll auch weiter ausgebaut werden. Am konkretesten ist aktuell der Ausbau von Stolberg über Oelsnitz nach St. Egidien. Hier soll die Linie C11 über eine neue Verbindungskurve weiter in die sächsischen Städte Oelsnitz und St. Egidien verlängert werden. Und auch schon recht konkret ist der Ausbau in Richtung Limbach-Oberfrona. Hier soll zunächst eine Straßenbahnstrecke bis zum Chemnitz-Center gebaut werden, auf der dann die Chemnitzbahn gemeinsam mit der Straßenbahn Chemnitz verkehrt und die Citybahn dann weiter Richtung Limbach-Oberfrona verkehren soll. Zwischen dem Chemnitzer Hauptbahnhof und der Zentralhaltestelle befahren alle vier Linien des Chemnitzer Modells einen gemeinsamen Abschnitt, wo unterwegs noch am Theaterplatz und am Roten Turm gehalten wird. Somit gibt es also nicht die eine zentrale Umsteigerhaltestelle für die Linien des Chemnitzer Modells an sich. Allerdings ist der Hauptbahnhof der Stadt natürlich der wichtigste Knotenpunkt für den Regionalverkehr. Am Chemnitzer Hauptbahnhof fahren an den Gleisen 5 bis 14 zahlreiche Regionalzüge unter anderem Richtung Leipzig, Dresdenhof und Annaberg-Buchholz. Die Gleise 1 bis 4 sind dabei für die Straßenbahn und die Citybahn reserviert. Am Gleis 1 halten die Straßenbahnlinien 3 und 4. Die restlichen drei Gleise sind für die Citybahn reserviert. Am Gleis 2 hält und endet die Linie C11. Sie ist die einzige Citybahnlinie, die durchgehend und planmäßig am Chemnitzer Hauptbahnhof endet. Die Linien C13, C14 und C15 sind durchgebundene Linien und halten an den Gleisen 3 und 4. Die Haltestellenanlagen wurden zwischen 2013 und 2014 schrittweise in Betrieb genommen. Seit 2016 verkehren hier die Citybahnlinien 13 bis 15 durchgängig durch den Bahnhof. Die Bahnhofshalle überspannt dabei die Haltestellenanlagen der Citybahn, der Straßenbahn und auch der herkömmlichen Regionalzüge. Am Hauptbahnhof gibt es auch noch eine zweite Haltestelle in der Bahnhofstraße, welche auch den gleichnamigen Namen trägt. Diese liegt am Eingangsportal des Hauptgebäudes zum Hauptbahnhof. Die Haltestelle ist allerdings nicht so stark frequentiert, da die Umsteigewege zu den Zügen hier natürlich deutlich länger sind. Ein weiter wichtiger Umsteigeknotenpunkt ist natürlich die Zentralhaltestelle in Chemnitz. Diese hat allerdings eher eine wichtige Bedeutung für den städtischen ÖPNV. Hier besteht nämlich Umsteigemöglichkeit zu allen Straßenbahnlinien des Chemnitzer Straßenbahnnetzes und auch zu zahlreichen Buslinien. Dafür gibt es hier auch mehrere Haltestellenbereiche mit zahlreichen Bahnsteigen. Die Linien der Chemnitzbahn halten allesamt an einem Bahnsteig in der Rathausstraße, welcher auf der gesamten Länge überdacht ist. Hier halten sie gemeinsam mit den Straßenbahnlinien 3 und 4. An den Haltestellen, wo Niederflurzüge und etwas hochflurigere Chemnitzbahnzüge gemeinsam halten, gibt es dann immer Doppelhaltestellen. Für die Chemnitzbahnzüge gibt es hier dann höhere Bahnsteige, um auch einen barrierefreien Einstieg in jene zu gewährleisten. Dies ist somit auch hier an der Zentralhaltestelle, allerdings nicht nur hier der Fall. Werfen wir nun einen kleinen Blick außerhalb des Chemnitzer Stadtzentrums. Wie bereits angesprochen, ist die neueste Strecke des Chemnitzer Modells seit Anfang 2022 in Betrieb. Sie führt vom Chemnitzer Technopark, wo die Strecke seit 2017 endet, bis nach Aue über Thalheim und Zwönitz. Auf der Strecke wurden vier neue Haltepunkte errichtet und außerdem einige ausweichen zusätzlich. Seit der Eröffnung des Streckenabschnitts herrscht außerdem zwischen Chemnitz und Thalheim ein Halbstundentakt. Zwischen dem Technopark und Chemnitz-Reichenheim wurde die Strecke sogar komplett neu gebaut und in diesem Bereich auch vollständig zweigleisig. Ausführlicher habe ich darüber bereits zur Eröffnung im Januar berichtet. Aber nicht nur auf dieser Strecke wurde für die Chemnitzbahn ein neuer Haltepunkt errichtet, sondern auch auf der C13 im Norden Richtung Burgstedt. Hier wurde der Haltepunkt Chemnitz-Küchwald errichten, um den gleichnamigen Küchwald mit an das Nahverkehrsnetz anzuschließen. Hier wurde ein eingleisiger Haltepunkt errichtet, an der hier noch zweigleisigen Strecke von Chemnitz nach Leipzig. Der Chemnitzer Küchwald ist ein Naherholungsgebiet, in dem sich unter anderem die Küchwaldbühne und die Parkeisenbahn von Chemnitz befindet. Da der Bahnsteig in Chemnitz-Küchwald hier nur auf der einen Seite der Strecke zu finden ist, müssen die Bahnen in Richtung Norden hier für kurze Zeit auf der falschen Seite im Gleis verkehren. Werfen wir nun zum Schluss noch einen Blick auf die C11. Sie ist als einzige Linie komplett elektrisch unterwegs, auch außerhalb des Chemnitzer Straßenbahnnetzes. In Alt-Kemnitz befindet sich der Übergang vom herkömmlichen Straßenbahnnetz zum Eisenbahnnetz. Für das ungeschulte Auge ist der Übergang hier nicht direkt zu erkennen. Allerdings wechseln die Züge der C11 hier von 600 Volt Gleichspannung auf 750 Volt Gleichspannung. Außerdem fahren die Züge ab hier nach EBO, also nach Eisenbahnbau und Betriebsordnung. Die alte Strecke zum Chemnitzer Hauptbahnhof ist hier außerdem auch noch zu erkennen und die Gleise liegen auch noch und sind an die Strecke Richtung Stolberg angeschlossen. Die Gleise werden hier allerdings nur noch äußerst selten genutzt. Im weiteren Verlauf Richtung Süden folgt die Strecke dann hier dem Fluss Wirschnitz. Die Strecke führt hier direkt am Uferrand des Flusses entlang, was sehr interessant aussieht. So liegen auch die Haltestellen Riemenschneiderstraße und Friedrichstraße direkt am Uferrand, was somit beim Aussteigen direkt einen schönen Blick eröffnet. Die C11 ist auf dem Streckenabschnitt bis nach Stolberg im Halbstundentakt unterwegs. Hinter Alt-Chemnitz ist die Strecke größtenteils eingleisig. Die Züge begingen sich dabei allerdings an der Ausweiche Pfaffenhain. In Neukirchen-Klaffenbach gibt es noch eine weitere Ausweiche, wo allerdings die Züge sich nicht planmäßig begegnen. Bei der Chemnitzbahn werden aktuell zwei verschiedene Fahrzeugtypen eingesetzt. Beide sind zwei Systemfahrzeuge. Die älteren, die Vario-Bahnen, sind zwei Systemfahrzeuge sowohl für Straßenbahnstrom als auch für Eisenbahnstrom ausgelegt. Und die neueren aus dem Hause Vosloh sind für Diesel- und Elektrobetrieb ausgelegt. Insgesamt sechs Vario-Bahnen wurden an die Citybahn ausgeliefert. Sie sind allesamt zwei Richter und 32,2 Meter lang. Sie sind für eine Höchstgeschwindigkeit von 80 kmh ausgelegt, welche auch außerhalb des Chemnitzer Straßenbahnnetzes erreicht werden. Im Innenraum der Fahrzeuge gibt es insgesamt 100 Stehplätze und auch noch zahlreiche weitere Sitzplätze. Die Sitze sind allesamt gepolstert. Es gibt außerdem Fahrgastinformationssysteme und Mehrzweckbereiche. Optisch sehen sie genau gleich aus wie die Vario-Bahnen der Chemnitzer Straßenbahn. Diese besitzt ebenfalls 23 Fahrzeuge von diesem Typ, welche allerdings keine Zwei-System-Fahrzeuge sind. Die aktuell neuesten Fahrzeuge der Citybahn sind die Vosloh Citylinks. Mittlerweile gehört Vosloh allerdings zu Stadler. In der ersten Bestellung wurden acht Fahrzeuge mit einer Option auf weitere Fahrzeuge bestellt. Eine Option auf vier weitere Fahrzeuge wurde später eingelöst, sodass aktuell zwölf Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Die Fahrzeuge sind 37 Meter lang und bestehen aus drei Wagen. In den beiden Endwagen gibt es jeweils zwei Doppeltüren, allerdings im mittleren Wagen gibt es dafür gar keine Tür. Die Besonderheit an den Türen ist, dass sie zwei unterschiedliche Einstiegshöhen besitzen. Zum einen eine höher gelegene Tür mit einer Einstiegshöhe von 55 Zentimetern und eine niedrigere Tür mit einer Einstiegshöhe von 38 Zentimetern. Im Innenraum kann man barrierefrei zwischen den beiden Türen hin und her wechseln, um barrierefrei sowohl an Eisenbahnbahnsteigen als auch an Straßenbahnbahnsteigen einzusteigen. Die Fahrzeuge besitzen im Innenraum sogar eine Toilette. Neben dieser gibt es auch noch 87 Sitzplätze, größtenteils an Viersitzgruppen und Mehrzweckbereiche. Die Fahrzeuge können im Übrigen eine Höchstgeschwindigkeit von 100 kmh erreichen. Im März 2022 wurde im Übrigen die zweite CityLink-Generation bestellt, mit insgesamt 19 Fahrzeugen, die festbestellt wurden. Diesmal allerdings natürlich direkt bei Stadler, seit Voslo zu Stadler gehört. Die Fahrzeuge sollen allerdings, zwei Systemfahrzeuge, wieder vollkommen elektrisch sein, also zwischen Straßenbahnstrom und Eisenbahnstrom. Wie auch in Karlsruhe und anderen Netzen ähnlicher Art, hat auch die Chemnitzbahn sämtliche Fahrgastzahlprognosen völlig übertroffen. Das ist natürlich ein gutes Zeichen für den Ausbau des ÖPNVs, weshalb die Chemnitzbahn in eine gesicherte Zukunft fährt. Und damit sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Ich danke euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar unter diesem Video freuen. Wir sehen uns dann, wie gewohnt, nicht nächste Woche Freitag wieder, sondern bereits ein wenig früher, wahrscheinlich schon Montag oder Dienstag, da am Wochenende die neue Dresdner Straßenbahn den Betrieb aufnimmt und es dadurch darüber ein Video geben wird, was ich natürlich zeitnah bringen möchte. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.